Kunratis ist ein Ort im Norden Tschechiens nahe Česka-Kämnais. Das Dorf liegt im Tal der Beistrika zwischen den Bergen Vetrni Vech im Westen und Kunrški Vech sowie Studenech im Osten. Geschichte Die drei Orte entstanden in der Spätphase der deutschen Kolonisation in Böhmen. Nachdem die tiefer gelegenen Täler bereits besiedelt waren, wandten sich die neuen Siedler den höheren Gebieten zu. Kunršdorf wurde erstmals 1416 als Kunršdorf erwähnt. Kaltenbach folgte 1451, Limbach 1457. Am Lipniki Vech fand in der Nacht vom 19. zum 20. Juli 1757 ein heftiges Gefecht des Siebenjährigen Krieges zwischen Preußen und Österreich statt. Daran erinnert ein Gedenkstein zwischen Studeni und Lipnis. 1981 wurde die Gemeinde an die Stadt Česka-Kämnais angeschlossen, jedoch in den 1990er Jahren wieder eigenständig. Gemeindegliederung Die Gemeinde Kunratis besteht aus den Ortsteilen Kunratis, Lipnis und Studeni. Das Gemeindegebiet gliedert sich in die Katastralbezirke Kunratis-U-Scheske-Kämnais und Studeni-U-Kunritik. Sehenswürdigkeiten Kunratis beherbergt einige sehenswerte Umgebindehäuser. Südlich des Ortes befindet sich an der Straße nach Česka-Kämnais das Naturschutzgebiet Pekelskidul. Vom benachbarten Vetreni Vech hat man eine gute Aussicht auf die gesamte böhmische Schweiz.